Ich finde, dass wir das zweite Spiel in Folge jetzt gegen Man City so gestaltet haben, dass wir es hätten gewinnen können. Heute, glaube ich, noch ein bisschen klarer als zu Hause. Und von dem her bin ich schon stolz, insgesamt, was wir in der Champions League gemacht haben. Mal völlig losgelöst von dem Punktekonto, was nicht gereicht hat, um weiterzukommen oder sich für die EuroLeague zu qualifizieren, haben wir, glaube ich, als Neuling in der Champions League außergewöhnliche Spiele abgeliefert. Und wir haben Geschichtsbücher gefüllt mit Unterzahl 0-2-Vorsprung wieder zurückzuholen und so weiter. Es waren, glaube ich, tolle Momente dabei für diesen Club und ich hoffe, dass noch ein paar dazukommen. Ich bin immer ein großer Freund davon, das Projekt zu Ende zu bringen. Und das sind für mich jetzt noch sechs Monate circa, um dann irgendwann Bilanz zu ziehen, was im Jahr besonders toll ist. Aber bis dahin will ich schon noch hart dafür arbeiten, dass noch ein paar Momente dazukommen.